Wenn ich mal die Mods sage, die da auf dem Server sind, dann erstelle ich mal einen Server-Eintrag. Habst du das so einfach? Jetzt stirbst du könnte, oder? Ja, dann darf ich das so einfach. Man kann erb sein damit, nice. Löse ich jetzt den Haken wieder? Ich weiß es nicht. Das wäre doch gut zu wissen. Nachladen oder so? Oder nochmal schießen? Wenn ich schieße, ziehe ich mich hoch. Rechter Musstaste geht man runter. Ja, drück mal auf Q. Dann schreibe ich im Tribe-Chat. Hä, ist Q nicht Waffe wechseln oder so? Ich hab das... So, ich hab jetzt einfach mal hier... Okay, man kann den Crossbow auch ins Inventar machen, dann hängt man trotzdem noch hier dran. Gut getestet. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Seid ihr alle da? Ja. Also ihr seid mit der Titanic gegen Eisberg gefahren? Ja. Wie hieß dieses Keypad vorher in Englisch? Ich weiß es grad nicht genau. 你們 ist einfach nur der Keypad, ne? Remote Keypad heißt das? Remote Keypad. Tastatur zur Fernaktivierung einer Tür. WHAT?! Wir haben eben Kompis gehört. Hier im Quetz ist einer. Na du Noob, du steckst den Flügel fest, gell? Jetzt machst du nichts mehr. So, jetzt kann ich wieder gehen.